Meine Tochter ist in den Fängen von einem islamischen Kinderschänder. Also das war so ein grüner Geländewagen, so ein Militärfahren. Und auf der Beifahrerseite ist ein Mädchen gesessen, der ziemlich verängstigt reingeschaut hat. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Sollte sie sich genau vorstellen, was ihr bevorsteht. Und der Mann? Wie hat denn der ausgeschaut? Ja, wie man sich einen Vergewaltiger halt vorstellt. Aha. Und wie darf ich mir so ein Vergewaltiger vorstellen? Ja, graus, böse, schierche Zähne, verschwitzte, verklebte Haare und ein leeren Blick, der unterschwellig aber löstern ist. Verstehe. Frau Gärtner, darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Ja, ich schreib lieber als Romani, wieso. Äh, gut. Und wann genau ist dieser SUV in den Wald reingefahren? Äh, vor... ziemlich genau 41 Minuten. Aber da ist er ja. Dankeschön. Scheiße. Hast du geweint, Melanie? Das ist doch eine Blinde, dass die geweint hat. Nein. Könnten Sie uns bitte in Ruhe miteinander reden lassen? Gange hat das. Geh ja schon. Ja. Ja, danke schön. Meine Naules Trottel. Schreib so deinen Roman rein. Okay. Ja. 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 Ja.